Musik Komm Ich kaufe einfach mal ein bisschen was Hier möchte ich eigentlich ungern verkaufen Gut Jo, passt Ich brauche eine Rüstung So, warte Die wir erstmal reparieren Ja Dann mal alles reparieren Leb wohl Und dann auf zum Baron Der wartet ja schon auf uns Wir haben ihn ja jetzt wirklich ein bisschen warten lassen Sag euch, wo die Beute ist Nein, 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 nein Och, Geralt So Oh, wo bist du hier? Hallo, Herr Baron Ich höre Womit kommst du zu mir? Ich habe Tamara dein Geschenk gegeben Wie hat sie reagiert? Wohl nicht wunschgemäß Sie hat die Puppe weggeworfen Weggeworfen? Götter Götter Ich dachte Trotz allem Oh Was ist mit Anna? Ich habe sie gefunden Putz, Pestilenz Warum sagst du das nicht gleich? Schwindigung Warum bringst du sie nicht mit? Sie ist im Buckelsumpf Hat Essen Ein Dach überm Kopf Komplikationen Sah nicht so aus, als wollte sie von dort weg gehen Du solltest sie zurückbringen Nicht von ihren Lebensumständen berichten Ich sollte sie finden Und das habe ich Mehr war nicht abgemacht Es ist leicht angeschlagen, der Kerl Du hältst mich auch immer für das letzte Für einen Bastard, nicht? Für den Schuldigen an dem, was hier passiert ist Jaaa Aber auf Gott, warum haben wir eigentlich so eine hässliche Heizkause? Das sehe ich ja jetzt erst Ist ein Grauenfall Es ist egal, was ich glaube Und doch sehe ich deine Verachtung Ich kenne die Welt der Hexer nicht Aber in unserer ist nichts schwarz oder weiß Du wirst wohl einwerfen, dass es nicht nur deine Schuld ist Na gut Ich höre mir deine Sicht der Dinge an Du wirst mich die Menschen Mit Annie Es war Liebe auf den ersten Blick Sie versorgte meine Schwierwunde aus der Schlacht von Angkor Als ich genesen war, hielt ich um ihre Hand an. Sie weinte vor Freude. Bald war Tamara geboren und dann ging ich nach Zidaris. Ein Kriegsfürst hatte sich gegen König Etaine erhoben und Volltest schickte Hilfe. Schlachten und Scharmützel jagten einander. Ein Leben voller Krieg. Ich war selten zuhause und fand Trost im Trinken. So viel Trost, dass ich nicht davon lassen konnte, wenn ich daheim war. Na schön. Und dann? Ich zog von Front zu Front, von Schlacht zu Schlacht, verdiente Sold und Anna saß allein mit dem Kind daheim. Vielmehr nicht allein, wie ich später erfuhr. Fast drei Jahre lang suchte sie Trost in den Armen eines Kindheitsfreundes namens Evan. Oh. So ein Hundesohn. Okay. Verdammt verstehst du nicht. Das ändert die Sachlage. Ja. Aber sie hat mich jahrelang betrogen. Hat sich einen Dreck um mich und meine Liebe geschert. Ja. Woher weißt du das? Eines Tages kam ich nach Hause. Da waren Anna und ihre Sachen weg. Ich fand einen Brief. Sie schrieb, sie liebe mich nicht mehr und zöge mit Tamara zu diesem Wichser. Okay. Ich dachte, mir tritt ein Pferd in den Arsch. Ich zog los, um den Scheißkerl zu finden und sie wieder nach Hause zu holen. Aber als ich ihn sah, erwachte etwas Finsteres in mir. Ich schlachtete den Drecksack ab und warf ihn den Hunden zum Fassort. Gut, das ist vielleicht aber auch nicht ganz die feine Art. Noch schlimmer? Wurde hysterisch, warf sich auf mich, trat und kratzte, griff sich ein Messer. Das wäre mein Ende gewesen, wäre ich nicht weggesprungen. Ich schlug sie zum ersten Mal. Ich musste sie beruhigen. Ich hatte keine Wahl. Von da an war alles unwiderruflich anders. Anna versuchte oft, sich und mir das Leben zu nehmen. Sie stichelte, reizte mich, verhöhnte mich. Ich sollte sie wohl wieder schlagen. Sie schrie, dass ich ihre Liebe und ihre Hoffnung zerstört hätte und sie doch gleich umbringen könnte. Wie oft entschuldigte ich mich, brachte Blumen und Geschenke mit. Es war ihr gleich. Nach zwei Jahren war ihr Zorn zu Gleichgültigkeit geworden. Manchmal durch ihre Hysterie unterbrochen, manchmal durch meine Sauferei. Ich begreife nicht, dass wir diese Jahre überlebt haben. Nun weißt du, dass nicht alles so war, wie es schien. Mhm. Du hattest recht. Ihr seid beide schuld an der Lage. Wie gut, dass du das endlich siehst. Das ist aber trotzdem nicht die Lösung. Also gut, wenn du Anna schon nicht zurückbringst, sag mir wenigstens, wie sie in dem Sumpf gelandet ist. Sie hat mit den Mumen einen Pakt geschlossen und nun, sie hat wohl den Verstand verloren. Einen Pakt? Was zum Teufel? Sie war schwanger und wollte das Kind nicht kriegen. Sie ging zu den Mumen und die versprachen, das Problem zu lösen. Gegen ein Jahr Dienst. Und die Mumen haben auf ihre verschrobene Art Wort gehalten. Ja, nur, dass sie aus einem Jahr ein bisschen länger wurde wahrscheinlich. Was meinst du damit? Anna hat wohl gedacht, das Kind würde irgendwie einfach verschwinden. Aber die Mumen schwächten sie so sehr, dass sie eine Fehlgeburt hatte. Und da begann sie wohl, den Verstand zu verlieren. Sie legten sie an eine magische Leine, die Schmerzen bewirken kann, damit sie ihre Schuld auch ja begleicht. Ein Pakt mit Hexen, verdammter Albtraum! Du scherzt wohl! Wir müssen sie retten! Wir können sie nicht dort lassen! Alter, die will nichts von dir! Oh mein Gott, lass sie doch da! Damit tust du ja auch keinen Gefallen. Auch mit Bewaffneten ist es ein schlechter Einfall, in den Sumpf zu ziehen. Es ist an sich schon gefährlich dort. Und diese Mumen sind mächtiger als man denkt. Alter Bullshit! Ich dreh doch nicht Däumchen, bis sie sie rausrücken! Würdest du auf ihre Gnade zählen, wenn sie deine Tochter hätten? Wohl nicht. Aber ich bin ein Hexer. Und ich bin ein Ehemann und Vater, der sein Leben und das seiner Lieben versaut hat. Ich sammle meine Männer und hole Anna da raus. Wir hatten eine Abmachung. Ich habe meinen Teil erfüllt. Jetzt bist du dran. Ein gegebenes Versprechen. Ja? Also, wo ist Siri? Was bin ich denn? Ein Basilisk. Er hat dich angegriffen. Ah, stimmt. Riesengroß. Ziemlich brutales Vieh. Ich dachte schon, es wäre vorbei. Vorsicht! Wenn ich nicht überlebe, kannst du aus der Festung haben, was du willst. Stimmt, die haben schon mal gegen was ich wüssten gekämpft. Aber nicht in diesem Spiel. Ich habe mich mal erwähnt, dass ich jetzt liebe, mit Siri zu spielen. Ich hoffe, dass das noch oft das sein wird. Was sollte's jemanden nicht gewinnen müssen? Ich habe mich nicht gewinnen. Lass mich nicht gewinnen. Ich werde mich nicht mehr dasen. Ich werde mich nicht mehr an den Punkt. Du was warst. Sie haben ihn. Sie müssen. Ich werde mich nicht mehr an den Punkt. Und tschüss. Rein kann er gut. Ey, Wolf! Gut, Wolf will nicht. Wolf will lieber wegrennen. Wie komm ich da jetzt hoch? So nicht, okay. War ja nur ein Versuch wert. Ich muss irgendwie hier hoch. Assassin's Creed-like auch nicht. Ah, okay. Das hab ich gesehen. Das ist mir wunderswert, dass ich mit den Absätzen immer noch laufen kann. Es ist zwar nur Stiefel mit Absätzen, aber dennoch. Also ich bin schon froh, wenn ich mit klassen Schuhen da ankomme, wo ich hin möchte. Das arme Vieh. Ich würde doch nur ein Mittagessen haben. Das ist mir vor Gott. Nein! 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 nee! nein! nein! Oderhаниемie gleiches Mhm! Was du für mich getan hast, ich werde das nie vergessen. Du hast mir auch geholfen. Als mich deine Männer hergebracht haben, hast du mir Essen gegeben und meine Wunden versorgt. Jetzt sind wir quitt. Du musst nicht gehen. Du bist hier in guter Gesellschaft. Wir haben immer ein warmes Plätzchen für dich. Ich muss los. Ich werde von Geistern verfolgt. Von der wilden Jagd. Es war dumm, die Macht anzuwenden. Jetzt haben sie meine Witterung aufgenommen. Die wilde Jagd? Sie verfolgt dich? Ich bringe euch alle in Gefahr, wenn ich bleibe. Deine Leute sollen Türen und Fenster verrammeln. Und nachts darf niemand nach draußen gehen. Und du? Wohin gehst du jetzt? Ich reite nach Novigrad weiter. Und dann? Wir werden sehen. Sie stieg aufs Pferd und tritt davon. Ohne sie war es hier ganz schön einsam. Die Armee der Redania hat die Überquerung des Ponta blockiert. Trotzdem hast du Ciri nach Novigrad geschickt. Sie war auf der Suche nach einer Zauberin. Und die sind alle in Novigrad. Ich kann es mir denken. Ich habe sie nicht den Redanian ausgeliefert. Ich habe ihr einen Geleitbrief mitgegeben. Das kann sein, dass Ciri noch in Novigrad ist. Danke, dass du ihr geholfen hast. Es ist nichts. Jetzt hast du erfahren, was du wissen wolltest. Du musst in Eile sein. Wollte ich gerade sagen. Ja, aber sie möchte doch wahrscheinlich gar nicht zudrücken. Ja, aber sie möchte wahrscheinlich gar nicht. Ich meine, die Wolfen hier weg? Ein paar Münzen extra schaden nie. Geht um die Münzen. Ja, hast du allerdings recht. Ich versammle meine Männer bei Niederwirr. Schließ dich uns dort an. Verstanden? Klingt gut. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Das ist der Hofnau, oder was? Was war das? Sag du es mir. Mensch oder Monster? Na, Mensch glaube ich ja weniger. Meine Männer nennen ihn Uma, halten ihn für ein Monster. Doch für mich ist er ein Mensch, so verschlagen wie Ardal. Oma? Seltsamer Name. Ja, seltsam. Aber er hat uns keinen anderen genannt. Du meinst, er kann sprechen? Er nicht. Es war so. Ich fragte ihn nach seinem Namen. Er saß da, sagte kein Wort und versuchte sich einen Zeh in die Nase zu stecken. Also nahm ich seine Hand, blickte ihm in die Augen und fragte, wie heißt du? Er grinste mich töricht an und stammelte, oh, Uma? So kam er zu dem Namen. Sieht nicht wie ein Monster aus, aber mein Medaillon vibriert. Seltsam. Wo habt ihr ihn gefunden? Eine lustige Geschichte. Habe ihn beim Kartenspielen gewonnen. Na gut, beim Kartenspielen kann man auch Dracheneier gewinnen, wie wir in Harry Potter festgestellt haben. Lustige Geschichte. Weshalb? Bin mal nach Novigrad gereist, zum Ausruhen und um die Freuden der Stadt zu genießen. Übernachtete in einer Taverne, wo einige Leute spielten und machte mit. Die Karten meinten es gut mit mir. Er hatte eine teuflische Hand nach der nächsten, nahm die Idioten aus. Ein Händler hatte besonders viel Pech. Hatte alles verspielt, was er von Skellige mitgebracht hatte. Wollte unbedingt noch eine Runde spielen. Und ich stimmte zu. Ich fragte ihn, welchen Einsatz er setzen würde. Und er zeigte mir diesen Tropf. Für mich war nicht viel drin, aber ich dachte, scheiß drauf, gib dem Mann die Chance, was zurückzugewinnen. Er hatte kein Glück und Uma landete auf Krenfels. Ende der Geschichte. Ein richtiger Baron. Sogar mit einem richtigen Narren. So ist es. Aber ich hab das Gefühl, dass mit ihm was nicht stimmt. Warum denn? Nun, er scheint mir Tier als Mann zu sein. Aber er besitzt Weisheit in seinen Augen. Oder vielleicht bilde ich's mir nur ein. Ja, was? Das ist ja nicht. Aber er sieht nicht gefährlich aus. Denke, das war's dann. Ne, wieder in T1 oder in T2 haben wir so was gesehen. Aber solange er keinen Ärger macht, dient er den Jungs als Zeitvertreib. Ich muss aufbrechen. Leb wohl. Leb wohl. Hoffentlich findest du deine Tochter. Wär schön. Hoffentlich spiel ich nochmal mit Ciri. Und sei ihr ein guter Vater. So, er reitet von dannen. So. Ja. Was machen wir denn als nächstes an Quests? Eine sehr gute Frage. Äh, nee. Das Gellige will ich nicht. Alles, aber noch nicht nach Skellige. Äh, wir suche Triss in ihrem Haus. Ja, ja. Ja, gut. Wir könnten Triss machen. Wo kann den Sumpf? Wäre jetzt als Nebenquest? Ja, erst Nemo, der ist die Hauptquist. Ich würde aber schon Triss gerne wiedersehen. Wenn ich ehrlich bin. noch mal. Oh. Das liegt da ganz oben. Ach du. Gut. Und der Sumpf liegt hier. Bei ganz verschiedenen Richtungen. Ich denke mal, aus dem Novi Grad kommen wir ja auch immer wieder raus. Da haben wir noch andere Quests, die hier irgendwo in der Nähe sind. Hier haben wir noch was. Rufe 6. Okay, machen wir das erst mal. Dein Vieh macht auch Mist. Ja, wunderbarer Name, Hinkebein. Pferdchen. Hallo, Plätze. Höhot. Höhot, mein Pferdchen. Nein, 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 nein. Ob ich irgendwann mal die Reitsteuerung lerne? Ich glaube nicht. Ich glaube, ich lerne das nicht mehr. Oh, Entschuldigung. Wollte nicht irgendwie reinreiten. Warte mal. Weiß ich wieder, was ich übersehen hatte? Vielleicht wer bist du denn? Halt! Zum Zweikampf! Ich fordere dich heraus! Das? Sind dir vielleicht die Stiefel zu groß? Vorsicht, nicht stolpern! Halbsackig! Ich bin Ronwied von Sümpfle! Gebunden durch einen heiligen Eid! Oh, das ist hart. Mein Beileid. Der Jungfer Heidel, der Ehre zu erweisen, der schönsten aller mir bekannten Jungfer. Indem ich 100 Ritter im Duell besiege. Wer hat dem auf den Kopf gehauen? Wer hat dem auf den Kopf gehauen? Nach dir kommen noch 99 weitere! Da hast du dir was vorgenommen. Zu Diensten. Bringen wir es hinter uns. Au! Das war übrigens unfair. Schon gut. Ich ergebe mich. Ernsthaft? Ein Schlag? Okay. Nächstes Mal. Okay. Fordere mich nochmal heraus. Heb die Hand. Zieh das Schwert. Sieh mich schief an. Und ich töte dich. Bist du da so sicher? Ja. Abwarten. Wieso das erstmal nochmal nach Hause gehen und trainieren? Was war das denn für ein Haio-Pei? Ehrlich? Gut. Der wollte wahrscheinlich einfach nur sein Ego aufpolieren. Was nicht so ganz geklappt hat. Ich glaube, seine Angebetete lacht auch nur über ihn. So. Die sind hier zum Glück gleich da. Was ist das da vorne schon? Ich glaube. Ja. Wir haben da ganz schön eine Einöle hier. Da muss ich aber nicht wohnen. Das ist eine Wüstung. Wie an dem Glas Scheiben und dem Setz. Seine Augen waren rot. Wie glühende Kronen. Ich habe meine Kleinen gestern zum Pilze pflücken geschickt. In dem Wald? Alleine? Wo ist denn Dolores? Zu viele Mäuler zu stopfen. Da vorne. Jetzt bleibt mehr für die anderen. Töcherchen. Worum geht's denn? Was soll aus mir werden auf meine alten Tage? Ein Bauernrübel verwehrt mir ein Dach über dem Kopf. Ich bin die Tochter eines Edelmannes. Mein Bruder und ich, wir haben das Herrenhaus jahrelang verwaltet. Was ist mit ihm passiert? Eines Tages kam ein Reisender. Ein Jäger. Wir haben uns verliebt und kurz darauf geheiratet. Wir wollten das Herrenhaus verlassen. Mein Bruder war beleidigt und hat mich nicht mal verabschiedet. Jahre später kam ich zurück. Hab ihn aber nicht gefunden. Die Leute sagen, Monster hätten sich in unserem Haus eingenistet. Ich könnte mich um die Monster kümmern. Du bist ein Hexer, richtig? Kein normaler Mensch würde das tun. Keine Sorge. Für mich sind alle gleich, solange sie ehrlich sind. Das Haus liegt östlich von hier. Nimm den Schlüssel. Wenn du die Bestien vertrieben hast, such nach einer Truhe. Das ist mein Schatz, mein Erspartes. Es gehört dir. Und was ist mit dir? Ich brauche nur ein Dach über dem Kopf. Und wenn es notwendig ist, kann ich andere Erbstücke verkaufen. Ihr Hexer arbeitet ja nicht umsonst. Ich würde dich nie ohne ehrliche Bezahlung gehen lassen. Natürlich nicht. Die Götter beschützen dich. Okay. Das werden wir dann auch gleich direkt machen. Ich werde nur noch einmal ganz kurz vorhin müssen. Dann bin ich in zwei, drei Minuten wieder da. Und so. Und dann bin ich in zwei, drei Minuten wieder da. Und dann bin ich in zwei, drei Minuten wieder da.